Eines der Show-Highlights auf AIDA Perla ist das Glücksrad. Es wird im Hintergrund schon aufgebaut und das ist so neu, dass wir es jetzt erst mal testen müssen. Hallo und herzlich willkommen beim Glücksrad auf AIDA Perla! Maren Gitzer! Nora darf anfangen und darf drehen. Nora, er bleibt stehen für 100 Punkte. Bitte! Ich nehme ein N. Ein N wie? Nora. Sehr kurz, damit starten wir dreimal. Maren, du machst das großartig. Vielen herzlichen Dank! Das war der erste offizielle Drehpunkt von unserer Maren Gitzer. Was wird es werden? Es ist die Sendung mit der Maus. Es ist Ultras. AIDA Perla hat es geschafft. Nach einer langen Reise von Japan hat sie jetzt endlich ihren Heimathafen Palma de Mallorca erreicht. Wir warten jetzt auf die Taufe. Wir hatten eine tolle Zeit an Bord und haben aber irgendwie noch nicht alles gesehen. Gucken wir nochmal rein. Scharfe Ecke! Spray Bar! Minigolf! Disco! Starbuck! Videospiele! Das Sportdeck! Fitness! Das und noch viel mehr dürfen jetzt alle anderen auch erleben. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich jetzt gehen muss. Aber wir sehen uns bald wieder. Zur Taufe AIDA. Da bin ich wieder da. Bis zum nächsten Mal.